So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich in der Suche einer Anomalie, die in Lazy Lake entdeckt wurde. Wo müssen wir dafür hin? Natürlich nach Lazy Lake. Und ich werde euch natürlich direkt verraten, wo wir da hin müssen, was wir machen müssen. Aber vorweg, wer Bock hat, ein bisschen auf Custom Games oder zusammen leveln, dann gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ich dir schon helfen konnte, mit eventuell anderen Aufgaben oder auch mit dieser Aufgabe jetzt, dann gerne einen Like da lassen. So, ich würde sagen, wir gehen direkt hin. Wo müssen wir hin? Genau in dieses gelbe Haus. Und die Aufgabe könnt ihr erst freischalten, wenn ihr im Battle Pass Level 14 erreicht habt. Habe ich nämlich gerade getan, deshalb geht es für mich halt jetzt nach Lazy Lake. So, und ich muss sagen, das Spiel macht wieder so süchtig. Aber die Waffenbalance, oh je. Die Waffenbalance ist in meinen Augen eine Katastrophe. So, ihr seht schon, da fliegt ein Schmetterling. Schmetterling, fliegt. Zack, zack, zack. Und geht es hin, ab hinter die Wand. Gucken, was uns erwartet. Hi. Also, hier müssen wir hin. Mal gucken, was unser Code ist. Grün, schiebe ich. Rot. Gut, auf jeden Fall merken, rot. Also, rot, lila. Ah, das sieht gut aus. Und, zack. Interagieren. Und, bis schon haben wir die Aufgabe erledigt. Es kann sein, dass bei euch der Code anders ist. Also, denkt nicht, das ist bei euch genau derselbe. Bei mir war er halt jetzt rot, lila, blau, grün. Wenn ich mich jetzt nicht ganz höre. Also, euch auf jeden Fall viel Spaß machen mit den Aufgaben. Wenn ich euch helfen konnte, wie gesagt, gern ein Like da lassen. Dann werdet ihr die nächste Aufgabe auch von mir gelöst bekommen. Und in dem Sinne, euch schon einen schönen Tag. Und viel Spaß beim Devillen. Haut rein. Okay. Vielen Dank.